Das wird echt spannend noch, könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin auch glaube ich der am besten mit Enderperlen, schätze ich einfach mal. Alter, Dominik ist auch ein Berserker, richtig krasser. Hat er nicht alle getötet? Ich glaube Dominik hat alle getötet. Dominik, Terminator. Wie läuft es, dann geht es los. Wie läuft es, dann geht es los. Ich bin ja nicht die Schritte, aber dann geht es los. Wenn sie das, dann geht es los. Wenn Sie die Schritte durch die Schritte über die Schritte übernommen, sind Sie da nicht einfach, und Sie werden die Schritte übernommen. Sie werden die Schritte übernommen. Schöne Aussicht. Da ist eine Kiste! Ich hoffe, dass der Dumme keinen Bogen hat. Alter. Bockt schon? Ja? Oh. 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 Da richtig... Kann ich da reingucken? Alter, das könnte ich richtig cheaten. Ich will das nicht. Ach. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt. Booser-Button. Ich bin kein Booser, deshalb drücke ich auch nicht da drauf. Aha. Ich geh mal ganz oben drauf. Vielleicht ist das auch irgendwas Schönes. Ich hab den Loser-Button. Ich hab den Loser-Button. Aha, das ist der Tour. Ja, ja, ja. Ist da denn auch eine Kiste? Da ist noch eine Kiste im Baum. Da sind ganz, ganz schön viele Kisten in den Bäumen versteckt. Da ist ja nicht so, dass die Kiste durch eine Falle ist ja niemals gestorben. Ach, Blitze! Ich hoffe, ich steppe es nicht durch einen Blitz. Ich hab mich im Blitz erwischt. Was? Die Aufnahme geht ja schon ein bisschen länger. Ich will aber gerne irgendwie wissen, was da in der Kiste da hinten ist. Hab ich noch... Nein, jetzt hab ich zumindest Steine. Aber ich hab noch... Will ich das wagen? Bis zum nächsten Mal. Ich hab noch... Ich hab noch nicht... Ich hab noch... Ich hab noch niet... Ich hab noch keine Kiste. Ich hab noch ein paar Mal. Ich hab noch nicht... mal sehen ob er kommt auf den großen baum ist die kiste sein also gucken wir mal was sie so finden ich hoffe etwas gutes oh mein gott oh mein gott x wo ist die kiste ja noch eine kiste bin ich jetzt blind oder war das das war keine kiste das war das kackteil da super ach das habe ich noch ich baue mich da einfach gleich wieder hoch plan richtig geilen epischen plan ok es wird reichen zwei sticks wieder hoch wir sehen ob mein plan klappt ich im kopf habe das dumm nick oh jetzt wird interessant kein bogen noch ein bisschen höher ok ok Vielen Dank. Oh fuck, Dominik hat einen Bogen Scheiß drauf Ja, nein, ich hatte einen 64. Stack Dirt dabei Alter, das ist so traurig Ups Ups Ach, zu gut Ich zöge das ein bisschen hinaus, aber das macht mir zu Spaß So viel Spaß macht es mir Wo ist denn das, Dummy? Was ist der da unten? Wo geht der da hin? Hm, ich glaube die Pfeile fliegen nicht so weit Geht ein Dominik hin Hat er irgendeine Kiste gesehen? Dominik geht irgendwie nach da hinten, also Ich erfolge ihn mal ein bisschen Ich wollte ihn eigentlich voll geil töten, aber das habe ich irgendwie jetzt verkackt Wie es aussieht, gucken Sie sich jetzt alles das an Was wir machen Bleibt interessant Das wird bald zu Ende sein Ich sehe ihn wieder Wo ist er? Oh, der hat einen Bogen Das bleibt interessant Was? Was? Okay. hier schlecht